Bei mir ist er komischerweise immer rot. Bei anderen ist er immer gelb. Flitzer! Mach mal mit, du Flitzer! Dann kriegst du einen auf den Deckel. Oh, du hast ihn schön abgelenkt, Kolle! Ja! Oh, Baby, das... Beste Taktik. Weißt du, was das war? Das war ein Zwillingsschuss. Ja, ich hab dir den Ball hingepasst und du hast ihn ins Tor gesenkt. Sehr ordentlich, sehr ordentlich. Tja, das war so ein halber Fallrückzieher da. Nicht umsonst, aber dafür kostenlos, genau.